Ich laufe. Ich esse. Ich trinke. Ich schlafe. Ich schlafe. Ich lese. Ich schreibe. Ich arbeite. Ich lerne. Ich spiele. Ich höre Musik. Ich kaufe ein. Ich kaufe ein. Ich warte. Ich rufe an. Ich rufe an. Ich putze. Ich putze. Ich sehe fern. Ich sehe fern. Ich singe. Ich singe. Ich tanze. Ich tanze. Ich schwimme. Ich schwimme. Ich koche. Ich koche. Wann fährt der nächste Bus? Entschuldigung, ich bin hier fremd. Entschuldigung, ich bin hier fremd. Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte wiederholen? Gibt es hier WLAN? Gibt es hier WLAN? Ich habe meine Schlüssel verloren. Kann ich mit Karte bezahlen? Kann ich mit Karte bezahlen? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Könnten Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen? Könnten Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen? Er wäscht das Geschirr. Er wäscht das Geschirr. Sie kocht das Abendessen. Sie kocht das Abendessen. Wir staubsaugen das Wohnzimmer. Wir staubsaugen das Wohnzimmer. Ich gieße die Blumen. Ich gieße die Blumen. Er schaltet den Fernseher ein. Sie bügelt die Kleidung. Sie bügelt die Kleidung. Sie bügelt die Kleidung. Sie schreibt einen Brief. Sie schreibt einen Brief. Du liest das Buch. Ich trinke einen Kaffee. Ich trinke einen Kaffee. Ich schreibe eine E-Mail. Ich schreibe eine E-Mail. Ich schreibe eine E-Mail. Er liest die Nachrichten. Er liest die Nachrichten. Ich trinke das Wasser. Ich schreibe eine E-Mail. Ich schreibe. Ich gehe jeden Morgen joggen. Ich schreibeтуhe. Ich habe heute viel Energie. Wir fahren jeden Samstag in den Supermarkt. Das Fenster ist offen. Ich liebe den Sommer. Ich liebe den Sommer. Der Computer ist sehr schnell. Der Computer ist sehr schnell. Er schreibt den Namen auf das Papier. Er schreibt den Namen auf das Papier. Sie trägt den schweren Koffer. Sie trägt den schweren Koffer. Sie bügelt die Hemden. Sie bügelt die Hemden. Meine Freundin wohnt in einer großen Stadt. Meine Freundin wohnt in einer großen Stadt. Ich mag es, in den Bergen zu wandern. Ich mag es, in den Bergen zu wandern. Er trinkt den Saft. Er trinkt den Saft. Sie trägt den Regenschirm. Sie trägt den Regenschirm. Der Vater fährt den Wagen. Der Vater fährt den Wagen. Ich besuche die Ausstellung. Ich besuche die Ausstellung. Ich habe heute viel Energie. Meine Großöltern wohnen auf dem Land. Meine Großöltern wohnen auf dem Land. Das Fenster ist offen. Das Fenster ist offen. Ich habe heute keine Zeit. Ich habe heute keine Zeit. Der Zug war pünktlich. Ich habe heute viel Arbeit erledigt. Ich habe heute viel Arbeit erledigt. Ich habe die Dokumente auf den Schreibtisch gelegt. Ich habe die Dokumente auf den Schreibtisch gelegt. Nanotico heißt für undαν passen. Also gar viel Spaß. Das Fenster ist auf den Schreibtisch landing. Ich habe Chapealwoll. Der Laden ist um die Ecke. Der Laden ist um die Ecke. Der Laden ist um die Ecke. let me Mal die Ecke. Der Laden ist um die Ecke. Der Laden ist um die Ecke. Der Laden ist um die Ecke. Ich gehe in die Stadt. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich koche gern italienisches Essen. Ich koche gern italienisches Essen. Die Schule beginnt um 8 Uhr morgens. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich möchte nächstes Jahr nach Spanien reisen. Ich arbeite in einem Büro im Stadtzentrum. Mein Bruder spielt gerne Gitarre. Mein Bruder spielt gerne Gitarre. Der Bus kommt in 10 Minuten. Ich finde es schwer, früh aufzustehen. Ich plane, bald einen neuen Job zu suchen. Ich habe heute viel Arbeit erledigt. Ich habe die Dokumente auf den Schreibtisch gelegt. Ich habe die Dokumente auf den Schreibtisch gelegt. Ich habe das Buch schon dreimal gelesen. Ich habe das Buch schon dreimal gelesen. Die Stadt hat viele Sehenswürdigkeiten. Die Stadt hat viele Sehenswürdigkeiten. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Ich koche gern italienisches Essen. Ich koche gern italienisches Essen. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Ich plane, bald einen neuen Job zu suchen. Ich plane, bald einen neuen Job zu suchen. Das Flugzeug ist pünktlich gelandet. Das Flugzeug ist pünktlich gelandet. Das Hotel war sehr komfortabel. Das Hotel war sehr komfortabel. Ich finde es schwer, früh aufzustehen. Ich finde es schwer, früh aufzustehen. Die Stadt ist viel größer, als ich dachte. Die Stadt ist viel größer, als ich dachte. Ich möchte gerne mehr Zeit für meine Hobbys haben. Es regnet seit Stunden. Es regnet seit Stunden. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Der Baum steht im Garten. Der Baum steht im Garten. Ich spiele Klavier. Ich spiele Klavier. Ich habe eine neue Uhr. Ich habe eine neue Uhr. Der See ist sehr tief. Der See ist sehr tief. Ich kaufe frisches Brot. Ich kaufe frisches Brot. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Die Katze ist süß. Die Katze ist süß. Der Apfel ist grün. Das Bett ist bequem. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Ich trinke Orangensaft. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Ich habe heute viel zu tun. Ich habe heute viel zu tun. Ich kaufe Gemüse auf dem Markt. Ich kaufe Gemüse auf dem Markt. Der Kuchen schmeckt sehr gut. Der Kuchen schmeckt sehr gut. Ich trinke Wasser, wenn ich durstig bin. Ich trinke Wasser, wenn ich durstig bin. Das Essen ist schon fertig. Das Essen ist schon fertig. Das Essen ist schon fertig. Ich habe einen großen Garten. Das Haus hat einen großen Garten. Das Haus hat einen großen Garten. Ich sitze auf dem Sofa. Ich sitze auf dem Sofa. Ich fahre mit dem Zug. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich lerne neue Wörter. Ich lerne neue Wörter. Ich lese die Nachrichten. Ich lese die Nachrichten. Die Uhr zeigt drei Uhr. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Das Zimmer ist dunkel. Das Zimmer ist dunkel. Das Wetter ist heute gut. Das Brot ist frisch. Die Stadt ist groß. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Das Auto parkt vor dem Haus. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich höre den Regen fallen. Ich höre den Regen fallen. Der Hund schläft auf dem Boden. Der Hund schläft auf dem Boden. Die Katze sitzt auf dem Stuhl. Der Zug kommt um 10 Uhr. Die Blumen sind bunt. Die Blumen sind bunt. Ich gehe jeden Morgen joggen. Die Straße ist heute sehr ruhig. Ich schreibe jeden Tag einen kurzen Text auf Deutsch. Ich schreibe jeden Tag einen kurzen Text auf Deutsch. Die Sonne geht im Westen unter. Die Sonne geht im Westen unter. Ich arbeite gern im Büro. Ich arbeite gern im Büro. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich Fluho填in tut hat. Die Frau ist schön. Die Strasse ist leer. Die Blumen duften gut. Die Blumen duften gut. Das Auto ist schnell. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich höre den Regen fallen. Der Hund schläft auf dem Boden. Die Katze schläft auf dem Teppich. Der Hund schläft auf dem Teppich. Ich packe meine Tasche. Die Katze spielt mit einem Ball. Die Katze spielt mit einem Ball. Das Wasser im Fluss ist sehr klar. Das Wasser im Fluss ist sehr klar. Ich esse jeden Morgen ein gesundes Frühstück. Ich esse jeden Morgen ein gesundes Frühstück. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Ich mache Sport, um fit zu bleiben. Ich mache Sport, um fit zu bleiben. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Die Blume in der Vase ist schön. Die Blume in der Vase ist schön. Ich gehe gerne in den Wald spazieren. Ich gehe gerne in den Wald spazieren. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Ich lese jeden Abend vor dem Schlafengehen. Ich lese jeden Abend vor dem Schlafengehen. Das Wasser im See ist klar. Ich gehe in den Wald. Ich höre das Meer rauschen. Ich höre das Meer rauschen. Ich höre das Meer rauschen. Ich lese die Zeitung am Morgen. Die Katze frisst Futter. Die Katze frisst Futter. Der Hund ist sehr freundlich. Der Hund ist sehr freundlich. Der Baum ist hoch. Der Baum ist hoch. Der Tisch ist gedeckt. Der Tisch ist gedeckt. Der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau. Ich schreibe einen Brief an meine Freundin. Ich schreibe einen Brief an meine Freundin. Das Auto fährt schnell. Das Auto fährt schnell. Ich koche Abendessen für meine Familie. Ich koche Abendessen für meine Familie. Ich gehe ins Bett um 10 Uhr. Ich lese ein Buch im Bett. Ich lese ein Buch im Bett. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich gehe zur Bushaltestelle. Ich gehe zur Bushaltestelle. Das Zimmer ist dunkel. Der Garten ist schön. Der Garten ist schön. Das Wetter ist heute gut. Das Wetter ist heute gut. Die Blume riecht gut. Die Blume riecht gut. Das Brot ist frisch. Das Brot ist frisch. Der Tisch ist rund. Der Tisch ist rund. Die Stadt ist groß. Die Stadt ist groß. Ich esse Frühstück. Ich esse Frühstück. Ich gehe in den Park. Ich gehe in den Park. Ich arbeite im Büro. Ich arbeite im Büro. Das Bett ist weich. Das Bett ist weich. Ich fahre mit dem Auto. Ich fahre mit dem Auto. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Die Katze ist schwarz. Die Katze ist schwarz. Ich sitze auf dem Stuhl. Ich sitze auf dem Stuhl. Ich schreibe auf das Papier. Der Raum ist leer. Ich gehe ins Geschäft. Ich gehe ins Geschäft. Der Schnee fällt leise. Der Schnee fällt leise. Die Uhr ist stehen geblieben. Die Uhr ist stehen geblieben. Der Kuchen ist fertig. Der Kuchen ist fertig. Ich habe den Boden gefegt. Der Baum ist grün. Der Baum ist grün. Ich habe den Staubsauger benutzt. Ich habe den Staubsauger benutzt. Der Zug fährt pünktlich ab. Der Zug fährt pünktlich ab. Ich habe das Bett gemacht. Ich habe das Bett gemacht. Der Tisch ist sauber. Der Tisch ist sauber. Die Uhr zeigt die richtige Zeit. Die Uhr zeigt die richtige Zeit. Ich habe das Fenster aufgemacht, weil es heiß war. Ich habe das Fenster aufgemacht, weil es heiß war. Der Berg ist hoch. Der Berg ist hoch. Ich mag es, im Regen zu spazieren. Ich mag es, im Regen zu spazieren. Ich habe das Fenster aufgemacht. 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 Das Auto ist schnell. Ich gehe jeden Tag joggen. Ich gehe jeden Tag joggen. Das Meer ist ruhig. Ich mag es, Bücher zu lesen. Der Wald ist grün. Der Tag war lang. Der Tag war lang. Der Tee ist zu süß. Der Tee ist zu süß. Ich gehe ins Bett früh schlafen. Ich gehe ins Bett früh schlafen. Die Straßen sind leer. Die Straßen sind leer. Was ist dein Lieblingsessen? Ich gehe jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt nach Hause. Haben Sie eine Allergie? Wie war dein Urlaub? Wie war dein Urlaub? Ich muss zur Arbeit gehen. Was möchtest du trinken? Was möchtest du trinken? Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Können wir uns morgen treffen? Können wir uns morgen treffen? Wie heißt dieser Film? Wie heißt dieser Film? Was machen wir heute Abend? Was machen wir heute Abend? Ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe einen Termin beim Arzt. Wie lange dauert der Film? Wie lange dauert der Film? Sie tanzt im Regen. Sie tanzt im Regen. Wir singen ein Lied zusammen. Wir singen ein Lied zusammen. Wir singen ein Lied zusammen. Er besucht seine Großeltern oft. Ich tanze Blumen im Garten. Ich tanze Blumen im Garten. Ich tanze Blumen im Garten. Sie zeichne ein Bild. Sie zeichne ein Bild. Wir decken den Tisch. Wir decken den Tisch. Wir decken den Tisch. Ich putze die Fenster. Ich putze die Fenster. Ich sauge den Teppich. Ich sauge den Teppich. Sie wischt den Boden. Sie wischt den Boden. Er liest ein Buch im Wohnzimmer. Ich nehme ein Bad. Ich nehme ein Bad. Er wäscht seine Hände. Sie liest die Zeitung in der Küche. Sie liest die Zeitung in der Küche. Wir hängen die Wäsche auf. Ich fäge den Boden. Sie bügelt die Kleidung. Sie trägt einen Hut. Sie trägt einen Hut. Er schaltet den Fernseher ein. Wir kaufen ein Haus. Wir kaufen ein Haus. Wir kaufen ein Haus. Du schreibst einen Brief. Du schreibst einen Brief. Sie sieht den Hund. Sie sieht den Hund. Du schreibst einen Brief. Du schreibst einen Brief. Er nimmt die Tasche. Er nimmt die Tasche. wir schreibst den Flüchte. Wir kaufen eine andersher. Wir kaufen ein Haus. Wir kaufen ein Haus. Sie trägt einen Hut. Sie trägt einen Hut. Er trinkt den Saft. Der Vater fährt den Wagen. Der Vater fährt den Wagen. Sie trägt den Regenschirm. Sie trägt den Regenschirm. Ich besuche die Ausstellung. Wir sehen das Flugzeug am Himmel. Wir sehen das Flugzeug am Himmel. Wir genießen den Sonnenaufgang am Strand. Wir schauen den Film im Kino. Wir schauen den Film im Kino. Sie schreibt die E-Mail an den Chef. Sie wäscht das Geschirr nach dem Essen. Ich habe heute viel Energie. Meine Großöltern wohnen auf dem Land. Das Fenster ist offen. Das Fenster ist offen. Ich trinke den Kaffee. Ich trinke den Kaffee. Sie schreibt einen Brief. Sie schreibt einen Brief. Ich liebe den Sommer. Ich liebe den Sommer. Ich trinke lieber Wasser als Saft. Der Computer ist sehr schnell. Der Arzt hat mir Medikamente verschrieben. Der Arzt hat mir Medikamente verschrieben. Ich mag es, in den Bergen zu wandern. Ich trinke lieber Wasser als Saft. Ich trinke lieber Wasser als Saft. Die Sonne scheint heute sehr stark. Ich gehe heute Abend mit Freunden aus. 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 Der Himmel ist heute grau. Der Himmel ist heute grau. Sie schreibt einen Brief. Sie schreibt einen Brief. Ich trinke den Kaffee. Sie liest das Buch. Sie schreibt einen Brief. Ich sehe den Film. Ich liebe den Sommer. Ich liebe den Sommer. Der Supermarkt ist nicht weit von hier. Der Supermarkt ist nicht weit von hier. Ich trinke lieber Wasser als Saft. Ich trinke lieber Wasser als Saft. Ich habe heute viel Energie. Ich habe heute viel Energie. Die Sonne scheint heute sehr stark. Meine Großöltern wohnen auf dem Land. Meine Großöltern wohnen auf dem Land. Ich gehe heute Abend mit Freunden aus. Ich gehe heute Abend mit Freunden aus. Das Fenster ist offen. Das Fenster ist offen. Der Himmel ist heute grau. Der Himmel ist heute grau. Ich bin müde und möchte schlafen. Mein Bruder ist drei Jahre älter als ich. Mein Bruder ist drei Jahre älter als ich. Ich gehe jeden Freitag ins Fitnessstudio. Ich gehe jeden Freitag ins Fitnessstudio. Die Bäume im Park sind sehr hoch. Ich lerne gerade ein neues Lied auf der Gitarre. Ich lerne gerade ein neues Lied auf der Gitarre. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Ich habe meinen Freund im Café getroffen. Ich habe meinen Freund im Café getroffen. Wir treffen uns morgen um zehn Uhr. Wir treffen uns morgen um zehn Uhr. Ich habe gestern ein neues Fahrrad gekauft. Meine Schwester hat nächste Woche Geburtstag. Meine Schwester hat nächste Woche Geburtstag. Der Supermarkt schließt um zwanzig Uhr. Der Supermarkt schließt um zwanzig Uhr. Im Sommer gehe ich oft schwimmen. Der Zug fährt in fünf Minuten ab. Der Zug fährt in fünf Minuten ab. Das Wetter ist heute sehr schön. Ich lese gerne Bücher in meiner Freizeit. Ich lese gerne Bücher in meiner Freizeit. Ich habe das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Ich habe das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Ich fühle mich heute sehr müde. Ich fühle mich heute sehr müde. Der Zug hat Verspätung. Der Zug hat Verspätung. Das Wasser im Pool war eiskalt. Das Wasser im Pool war eiskalt. Ich kaufe frisches Brot. Ich kaufe frisches Brot. Ich habe eine neue Uhr. Ich habe eine neue Uhr. Ich spiele Klavier. Ich spiele Klavier. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe jeden Tag spazieren. Der See ist sehr tief. Der See ist sehr tief. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich genieße das schöne Wetter. Ich genieße das schöne Wetter. Ich laufe. Ich laufe. Ich esse. Ich esse. Ich trinke. Ich trinke. Ich trinke. Ich schlafe. Ich schlafe. Ich lese. Ich schreibe. Ich schreibe. Ich arbeite. Ich lerne. Ich spiele. Ich höre Musik. Ich höre Musik. Ich kaufe ein. Ich warte. Ich rufe an. Ich putze. Ich putze. Ich sehe fern. Ich sehe fern. Ich singe. Ich tanze. Ich tanze. Ich schwimme. Ich schwimme. Ich schwimme. Ich koche. Ich koche. Ich koche. Entschuldigung, ich bin hier fremd. Können Sie das bitte wiederholen? Gibt es hier WLAN? Ich habe meine Schlüssel verloren. Kann ich mit Karte bezahlen? Kann ich mit Karte bezahlen? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Könnten Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen? Könnten Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen? Er wäscht das Geschirr. Er wäscht das Geschirr. Sie kocht das Abendessen. Sie kocht das Abendessen. Wir staubsaugen das Wohnzimmer. Wir staubsaugen das Wohnzimmer. Ich gieße die Blumen. Ich gieße die Blumen. Er schaltet den Fernseher ein. Er schaltet den Fernseher ein. Sie bügelt die Kleidung. Sie bügelt die Kleidung. Sie schreibt einen Brief. Sie schreibt einen Brief. Du liest das Buch. Du liest das Buch. Ich trinke einen Kaffee. Ich trinke einen Kaffee. Ich schreibe eine E-Mail. Er liest die Nachrichten. Er liest die Nachrichten. Ich trinke das Wasser. Ich gehe jeden Morgen joggen. Ich habe heute viel Energie. Wir fahren jeden Samstag in den Supermarkt. Das Fenster ist offen. Das Fenster ist offen. Ich liebe den Sommer. Ich liebe den Sommer. Der Computer ist sehr schnell. Der Computer ist sehr schnell. Er schreibt den Namen auf das Papier. Sie trägt den schweren Koffer. Sie trägt den schweren Koffer. Sie bügelt die Hemden. Sie bügelt die Hemden. Meine Freundin wohnt in einer großen Stadt. Meine Freundin wohnt in einer großen Stadt. Ich mag es, in den Bergen zu wandern. Ich mag es, in den Bergen zu wandern. Er trinkt den Saft. Sie trägt den Regenschirm. Sie trägt den Regenschirm. Der Vater fährt den Wagen. Ich besuche die Ausstellung. Ich habe heute viel Energie. Meine Großöltern wohnen auf dem Land. Meine Großöltern wohnen auf dem Land. Das Fenster ist offen. Ich habe heute keine Zeit. Ich habe heute keine Zeit. Der Zug war pünktlich. Der Zug war pünktlich. Ich habe heute viel Arbeit erledigt. Ich habe heute viel Arbeit erledigt. Ich habe die Dokumente auf den Schreibtisch gelegt. Ich habe die Dokumente auf den Schreibtisch gelegt. Ich habe heute viel Arbeit pulls. Ich habe heute viel Arbeit auf den retrouchen Wie geht schon. Ich habe heute gar Vorschläge umgefunden. Die Jahrze Psalm für zehn JahreANE Sam Okei το Der Laden ist um die Ecke. Der Laden ist um die Ecke. Ich gehe in die Stadt. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich koche gern italienisches Essen. Die Schule beginnt um 8 Uhr morgens. Die Schule beginnt um 8 Uhr morgens. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich möchte nächstes Jahr nach Spanien reisen. Ich arbeite in einem Büro im Stadtzentrum. Ich arbeite in einem Büro im Stadtzentrum. Mein Bruder spielt gerne Gitarre. Mein Bruder spielt gerne Gitarre. Der Bus kommt in 10 Minuten. Der Bus kommt in 10 Minuten. Ich finde es schwer, früh aufzustehen. Ich plane, bald einen neuen Job zu suchen. Ich plane, bald einen neuen Job zu suchen. Ich habe heute viel Arbeit erledigt. Ich habe die Dokumente auf den Schreibtisch gelegt. Ich habe die Dokumente auf den Schreibtisch gelegt. Ich habe das Buch schon dreimal gelesen. Die Stadt hat viele Sehenswürdigkeiten. Die Stadt hat viele Sehenswürdigkeiten. Ich gehe in die Stadt. Ich koche gern italienisches Essen. Ich koche gern italienisches Essen. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Ich plane, bald einen neuen Job zu suchen. Ich plane, bald einen neuen Job zu suchen. Das Flugzeug ist pünktlich gelandet. Das Flugzeug ist pünktlich gelandet. Das Hotel war sehr komfortabel. Das Hotel war sehr komfortabel. Ich finde es schwer, früh aufzustehen. Ich finde es schwer, früh aufzustehen. Die Stadt ist viel größer, als ich dachte. Die Stadt ist viel größer, als ich dachte. Ich möchte gerne mehr Zeit für meine Hobbys haben. Ich möchte gerne mehr Zeit für meine Hobbys haben. Es regnet seit Stunden. Es regnet seit Stunden. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Der Baum steht im Garten. Ich spiele Klavier. Ich spiele Klavier. Ich habe eine neue Uhr. Ich habe eine neue Uhr. Der See ist sehr tief. Der See ist sehr tief. Ich kaufe frisches Brot. Ich kaufe frisches Brot. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Die Katze ist süß. Die Katze ist süß. Der Apfel ist grün. Der Apfel ist grün. Das Bett ist bequem. Das Bett ist bequem. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Ich trinke Orangensaft. Ich trinke Orangensaft. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Ich habe heute viel zu tun. Ich kaufe Gemüse auf dem Markt. Ich kaufe Gemüse auf dem Markt. Der Kuchen schmeckt sehr gut. Der Kuchen schmeckt sehr gut. Ich trinke Wasser, wenn ich durstig bin. Ich trinke Wasser, wenn ich durstig bin. Das Essen ist schon fertig. Das Essen ist schon fertig. Das Haus hat einen großen Garten. Ich sitze auf dem Sofa. Ich sitze auf dem Sofa. Ich fahre mit dem Zug. Ich fahre mit dem Zug. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich lerne neue Wörter. Ich lese die Nachrichten. Ich lese die Nachrichten. Die Uhr zeigt drei Uhr. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Das Zimmer ist dunkel. Das Zimmer ist dunkel. Das Wetter ist heute gut. Das Brot ist frisch. Die Stadt ist groß. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Das Auto parkt vor dem Haus. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich höre den Regen fallen. Ich höre den Regen fallen. Der Hund schläft auf dem Boden. Der Hund schläft auf dem Boden. Die Katze sitzt auf dem Stuhl. Die Katze sitzt auf dem Stuhl. Der Zug kommt um zehn Uhr. Der Zug kommt um zehn Uhr. Die Blumen sind bunt. Die Blumen sind bunt. Ich gehe jeden Morgen joggen. Ich gehe jeden Morgen joggen. Die Straße ist heute sehr ruhig. Ich schreibe jeden Tag einen kurzen Text auf Deutsch. Ich schreibe jeden Tag einen kurzen Text auf Deutsch. Die Sonne geht im Westen unter. Ich arbeite gern im Büro. Ich arbeite gern im Büro. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist leer. Die Straße ist leer. Die Blumen duften gut. Die Blumen duften gut. Das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich höre den Regen fallen. Ich höre den Regen fallen. Der Hund schläft auf dem Boden. Der Hund schläft auf dem Boden. Die Katze schläft auf dem Teppich. Die Katze schläft auf dem Teppich. Ich packe meine Tasche. Ich packe meine Tasche. Die Katze spielt mit einem Ball. Das Wasser im Fluss ist sehr klar. Das Wasser im Fluss ist sehr klar. Ich esse jeden Morgen ein gesundes Frühstück. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Ich mache Sport, um fit zu bleiben. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Die Blume in der Vase ist schön. Ich gehe gerne in den Wald spazieren. Ich gehe gerne in den Wald spazieren. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Ich lese jeden Abend vor dem Schlafengehen. Ich lese jeden Abend vor dem Schlafengehen. Das Wasser im See ist klar. Das Wasser im See ist klar. Ich gehe in den Wald. 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 Ich lese die Zeitung am Morgen. Die Katze frisst Futter. Der Hund ist sehr freundlich. Der Hund ist sehr freundlich. Der Baum ist hoch. Der Tisch ist gedeckt. Der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau. Ich schreibe einen Brief an meine Freundin. Das Auto fährt schnell. Das Auto fährt schnell. Ich koche Abendessen für meine Familie. Ich koche Abendessen für meine Familie. Ich gehe ins Bett um 10 Uhr. Ich lese ein Buch im Bett. Ich lese ein Buch im Bett. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich gehe zur Bushaltestelle. Ich gehe zur Bushaltestelle. Das Zimmer ist dunkel. Der Garten ist schön. Der Garten ist schön Das Wetter ist heute gut Die Blume riecht gut Die Blume riecht gut Das Brot ist frisch Der Tisch ist rund Die Stadt ist groß Ich esse Frühstück Ich esse Frühstück Ich gehe in den Park Ich gehe in den Park Ich arbeite im Büro Ich arbeite im Büro Das Bett ist weich Das Bett ist weich Ich fahre mit dem Auto Ich fahre mit dem Auto Ich gehe nach Hause Ich gehe nach Hause Die Katze ist schwarz Ich sitze auf dem Stuhl Ich schreibe auf dem Stuhl Ich schreibe auf das Papier Der Raum ist leer Der Raum ist leer Der Raum ist leer Ich gehe ins Geschäft Ich gehe ins Geschäft Ich gehe ins Geschäft Ich gehe ins Geschäft Der Schnee fällt leise Der Schnee fällt leise Die Uhr ist stehen geblieben. Der Kuchen ist fertig. Der Kuchen ist fertig. Ich habe den Boden gefegt. Ich habe den Boden gefegt. Der Baum ist grün. Der Baum ist grün. Ich habe den Staubsauger benutzt. Ich habe den Staubsauger benutzt. Der Zug fährt pünktlich ab. Der Zug fährt pünktlich ab. Ich habe das Bett gemacht. Ich habe das Bett gemacht. Der Tisch ist sauber. Der Tisch ist sauber. Die Uhr zeigt die richtige Zeit. Ich habe das Fenster aufgemacht, weil es heiß war. Ich habe das Fenster aufgemacht, weil es heiß war. Der Berg ist hoch. Der Berg ist hoch. Ich mag es, im Regen zu spazieren. Ich mag es, im Regen zu spazieren. Der Winter ist kalt. Der Winter ist kalt. Die Kinder spielen im Schnee. Die Kinder spielen im Schnee. Das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell. Ich gehe jeden Tag joggen. Ich gehe jeden Tag joggen. Das Meer ist ruhig. Das Meer ist ruhig. Ich mag es, Bücher zu lesen. Ich mag es, Bücher zu lesen. Der Wald ist grün. Der Wald ist grün. Der Tag war lang. Der Tag war lang. Der Tee ist zu süß. Der Tee ist zu süß. Ich gehe ins Bett früh schlafen. Ich gehe ins Bett früh schlafen. Mal ants zu keen. Die Straßen sind ein. Die Straßen sind leer. Die Straßen sind leer. Ich gehe jetzt nach Hause. Haben Sie eine Allergie? Wie war dein Urlaub? Wie war dein Urlaub? Ich muss zur Arbeit gehen. Was möchtest du trinken? Ich habe eine Frage. Können wir uns morgen treffen? Können wir uns morgen treffen? Wie heißt dieser Film? Was machen wir heute Abend? Was machen wir heute Abend? Ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe einen Termin beim Arzt. Wie lange dauert der Film? Wie lange dauert der Film? Sie tanzt im Regen. Wir singen ein Lied zusammen. Wir singen ein Lied zusammen. Er besucht seine Großeltern oft. Ich tlanze Blumen im Garten. Ich tlanze Blumen im Garten. Sie zeichnet ein Bild. Wir decken den Tisch. Wir decken den Tisch. Ich putze die Fenster. Ich putze die Fenster. Ich sauge den Tisch. Ich sauge den Teppich. Ich sauge den Teppich. Sie wischt den Boden. Sie wischt den Boden. Er liest ein Buch im Wohnzimmer. Er liest ein Buch im Wohnzimmer. Ich nehme ein Bad. Er wäscht seine Hände. Er wäscht seine Hände. Sie liest die Zeitung in der Küche. Wir hängen die Wäsche auf. Wir hängen die Wäsche auf. Ich fege den Boden. Ich fege den Boden. Sie bügelt die Kleidung. Sie trägt einen Hut. Sie trägt einen Hut. Er schaltet den Fernseher ein. Wir kaufen ein Haus. Du schreibst einen Brief. Du schreibst einen Brief. Sie sieht den Hund. Du schreibst einen Brief. Du schreibst einen Brief. Er nimmt die Tasche. Er nimmt die Tasche. Wir schreibst einen Brief. Wir kaufen ein Haus. Wir kaufen ein Haus. Wir kaufen ein Haus. Sie trägt einen Hut. Sie trägt einen Hut. Er trinkt den Saft. Der Vater fährt den Wagen. Sie trägt den Regenschirm. Ich besuche die Ausstellung. Wir sehen das Flugzeug am Himmel. Wir sehen das Flugzeug am Himmel. Wir genießen den Sonnenaufgang am Strand. Wir schauen den Film im Kino. Wir schauen den Film im Kino. Sie schreibt die E-Mail an den Chef. Sie wäscht das Geschirr nach dem Essen. Ich habe heute viel Energie. Meine Großöltern wohnen auf dem Land. Meine Großöltern wohnen auf dem Land. Das Fenster ist offen. Ich trinke den Kaffee. Sie schreibt einen Brief. Ich liebe den Sommer. Ich trinke lieber Wasser als Saft. Ich trinke lieber Wasser als Saft. Der Computer ist sehr schnell. Der Computer ist sehr schnell. Der Arzt hat mir Medikamente verschrieben. Der Arzt hat mir Medikamente verschrieben. Ich mag es in den Bergen. Ich mag es in den Bergen zu wandern. Ich trinke lieber Wasser als Saft. Ich trinke lieber Wasser als Saft. Die Sonne scheint heute sehr stark. Ich gehe heute Abend mit Freunden aus. Ich gehe heute Abend mit Freunden aus. Der Himmel ist heute grau. Der Himmel ist heute grau. Der Himmel ist heute grau. Sie schreibt einen Brief. Sie schreibt einen Brief. Ich trinke den Kaffee. Ich trinke den Kaffee. Ich schreibt den Kaffee. Ich sehe den Film. Ich liebe den Sommer. Der Supermarkt ist nicht weit von hier. Der Supermarkt ist nicht weit von hier. Ich trinke lieber Wasser als Saft. Ich trinke lieber Wasser als Saft. Ich habe heute viel Energie. Ich habe heute viel Energie. Die Sonne scheint heute sehr stark. Meine Großöltern wohnen auf dem Land. Meine Großöltern wohnen auf dem Land. Ich gehe heute Abend mit Freunden aus. Ich gehe heute Abend mit Freunden aus. Das Fenster ist offen. Das Fenster ist offen. Der Himmel ist heute grau. Der Himmel ist heute grau. Ich bin müde und möchte schlafen. Mein Bruder ist drei Jahre älter als ich. Mein Bruder ist drei Jahre älter als ich. Ich gehe jeden Freitag ins Fitnessstudio. Ich gehe jeden Freitag ins Fitnessstudio. Die Bäume im Park sind sehr hoch. Ich lerne gerade ein neues Lied auf der Gitarre. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Ich habe meinen Freund im Café getroffen. Wir treffen uns morgen um zehn Uhr. Wir treffen uns morgen um zehn Uhr. Ich habe beträgens ein neues Papert verkauft. Ich habe gestern es noch ein neues bekommen. Ich habe gestern ein neues Fahrrad gekauft. Meine Schwester hat nächste Woche Geburtstag. Der Supermarkt schließt um 20 Uhr. Im Sommer gehe ich oft schwimmen. Der Zug fährt in 5 Minuten ab. Der Zug fährt in 5 Minuten ab. Das Wetter ist heute sehr schön. Ich lese gerne Bücher in meiner Freizeit. Ich habe das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Ich fühle mich heute sehr müde. Der Zug hat Verspätung. Der Zug hat Verspätung. Das Wasser im Pool war eiskalt. Ich kaufe frisches Brot. Ich kaufe frisches Brot. Ich habe eine neue Uhr. Ich habe eine neue Uhr. Ich spiele Klavier. Ich spiele Klavier. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe jeden Tag spazieren. Der See ist sehr tief. Der See ist sehr tief. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich genieße das schöne Wetter. Ich genieße das schöne Wetter. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe jeden Tag spazieren. Vielen Dank.